Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Super Mario Odyssey hier im Schlemmerland, wo es noch ein paar Monde zu holen gibt und einen haben wir gleich hier am Start mit einem Tick-Tack-Turnier, ja. Hier haben wir noch hochgeklettert, also ich habe geschaut, wo fangen wir heute an und habe hier eine Vogelscheuche entdeckt und dachte mir, okay, dann hat sich das mit dem Schauen erledigt, da fangen wir nämlich direkt hier an. Das war das Tick-Tack-Turnier 1. Also, ja, oh Gott, das wäre beinahe nicht begangen. Im Platz ist was los. Oh. Haben wir hier schon drinnen? Ja. Ja, den haben wir mitgenommen. Ja, 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 ja. Den haben wir im letzten Part direkt mitgenommen. Auf dem Platz ist was los. Den Mond haben wir. Den Mond haben wir. Alles für die Münzen. So, was ist denn hier los? Willkommen. Wir haben so viele köstliche Schlemmer-Eintopf gekocht, dass wir unser Schlemmer-Festival abhalten können. Okay. Ich habe ja mit... Ich habe ja schon mit den Leuten geredet. Soweit. Ich glaube, es gab ja... noch einen Mond. Mir aber nicht ganz sicher. Haben wir... da oben das Feuer schon mal entfacht. Roboter, Roboter, Roboter. Zieht da was, wenn wir das Feuer entfachen? Ähm... Ja, schauen wir mal. Ups. Gucken wir erst mal zu dem Robo hier hoch. Eintopf-Rezept fehlerhaft. Eintopf-Rezept fehlerhaft. Kritischer Zustand erreicht. Mechaniker dringend benötigt. Die Sensoren melden. Mechaniker 0% anwesend. Mechaniker dringend benötigt. So, haben wir... Können wir Mechaniker sein? Sind wir der Mechaniker? Wir sind doch aber sonst Klempner. Na ja. Mario ist ein vierseitiger Dude. Schauen wir mal, ob wir im Kleiderschrank was haben. Was dazu passt. Zu dem, was er möchte. So. Cowboyt. Lindag. Gehen. Astronaut. Privat. Clown. Wir haben gar keinen Mechaniker. Muster-Mix. Ach, hier. Mechaniker. Hier. Na gut, dann... Ziehen wir uns das doch mal an. Wir müssen sowieso noch ein paar Outfits kaufen. Kann noch nicht genug. Wir brauchen 35 in Summe. Für einen Mond. Die wir dann von Tondette im Pilzkönigreich erhalten. Ja, na gut. Dann sind wir jetzt Mechaniker, Mario. Kann ich dir helfen? So, Hallöchen. Ich hab mich umgezogen. Gucke mal. Eintop-Rezept fehlerhaft. Eintop-Rezept fehlerhaft. Kritischer Zustand erreicht. Mechaniker dringend benötigt. Sensoren melden. Ein Mechaniker. Eintop-Analyse im vollen Gang. System wird neu gestartet. System wieder normal. Dankbarkeit wird generiert. Ein Fall für den Mechaniker. Ohol. Haben wir auch schon den zweiten. Oh, n' guackt. Klam ist ausgegangen. Heute ist ein trauriger Tag. Wo sollen wir dein Feuer wieder entfachen, mein Freund? Da ist nur noch nicht so recht, wie. Kann ich wieder hier über diesen Weg? Toll gemacht, Mario. Wirklich. Toll, toll, toll. Ich hab zwar den üblichen Hechtsprung gemacht, aber... Nö, er wollte lieber auf den Boden in den Tod stampfen. Toll. Super, Mario. Super, super. Ja, und jetzt von der Position wird's nicht reichen. Na, komm. Dann machen wir die Schnellreise dorthin. Dann ist das halt so. Es war mir schon klar, dass das bei... Jetzt aus der Position nicht funktioniert. Aus der anderen weiter oben hätt's definitiv funktioniert. Sollten wir uns halt einfach rüberporten. Hier soll's sowieso noch einen Mond geben. Laut Karte. So, ich nehm mal dich mit hier. Laut Karte. Vielleicht hier oben. Na sicher, hier waren wir schon mal drin, oder? Ja. Ich erinnere mich an diesen Ort. Bin auch vom Mond mal wieder weggelaufen. Irgendwas hat er heute. Macht die Sprünge nicht so, wie ich das gerne hätte. Buh. Gott. Buh. Den haben wir schon. Hier soll's trotzdem einen geben. Hier oben. Ja. Wow. Bin er? Haben wir ja auch schon. Hä? Oh, oben drüber vielleicht. Kann ich aber auch nichts sehen. Ja, es hat halt nicht geleuchtet, ne? Hat halt einfach nicht geleuchtet. Ohne leuchten. Wird das nicht. So, und jetzt wollen wir uns mal um die Lamme, äh, äh, kümmern. Da auf dem einen Dach. Können wir doch bestimmt hier erstmal wieder den Weg freimachen, oder? Hier so rüberkommen. Ja. Und dann brauchen wir jetzt einen Feuerbruder. Ich erinnere mich doch an das Prozedere. Wir mussten doch auch mit einem Hammerbruder hier diesen Weg so komisch freilegen. Da wir zum Start mussten. Oder, ne, mussten wir nicht auch noch schon mal mit einem Feuerbruder bis zum Start vor? Ne, es war mit einem Hammerbruder, oder? Naja. Mussten wir auf jeden Fall auch diesen Weg gehen. Mag zwar schon einige Parts her sein, aber ich erinnere mich hier dran. Ja, guckt mal. Ganz... Ganz entspannt hier. Naja, und dafür gibt's sogar einen Mond geschenkt. Also, warum nicht? So, Karte. Hier drüben gibt es zwei Monde und hier gibt's noch drei Monde. Oh, mir fällt grad ein, ich muss auch die Hinweiskunst mir mal noch anschauen. So richtig anschauen, ich weiß nur nicht mehr, wo sie war. Hm. Ja, ich hab tatsächlich vergessen, wo sie war. Irgendwo hier im Dorf, weil wir haben sie nur fotografiert, also ich hab sie fotografiert, aber ich hab nicht damit interagiert. Und wie wir gelernt haben, geht es dann nicht. Naja. Egal. Gehen wir erstmal hier rüber. So. Soll nämlich auch noch was sein. Ach, da drüben. Haben wir denn hier ein paar Pöglein. Naja, ich geh mal hier rein. Oh Gott. Okay. Die Plattform bewegt sich. Hoffentlich nicht durch die Lava. Und, naja, ganz knapp oben drüber. Ich verstehe. Ah. Okay. Ich wollte nur mal oben drauf blicken, dass mir da was entgeht. Oh Gott. Man weiß ja nie. Oh Gott. Mensch, Mario. Nimm den Mond. Vulkanhöhle und seltsame Wolken. Oh Gott. Dass das funktioniert hat. Ich fass das nicht. Hä. Dass das alles so funktioniert hat, das kann ich ja gar nicht fassen. Aber hey. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Es hat irgendwie geklappt. So, das waren wieder zwei weg von unserer Liste. Dann gehen wir mal hier hin. Hier gibt es nochmal drei. Und dann müssen wir gucken, was noch fehlt. Ja, und wegen der Hinweiskunst dürfen wir nicht vergessen. So, einer von... Äh, zwei von denen sind gleich hier vor meiner Nase. Noch sparen können. Was haben wir hier Schönes? Wow. Oh ja. Geh doch weg. Ja. Ich erinnere mich hier dran an sowas. Komm mal her hier. Nein! Hey! Das sollte so nämlich nicht passieren. Ein Mond gibt's für die Fakken und einen fürs Schaffen. Das muss eine richtige Sache sein. Aha. Wie komm ich... Ja. Komm ich mit ihm da hoch? Boah. So nicht. So finde ich nur den Tod. So finde ich... nur einen schmerzhaften Boot. Okay. Ja. Ich muss das mit diesen Dingern machen. Die sind im Boden... ...durchsuchenden... ...Freunden. Ja, das würde reichen. Das würde reichen. Das würde reichen. Definitiv. Aua. Sehr schön. Aha. Ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Jetzt soll ich da drüben noch eine Fackel entfachen. Oh Gott. Ah. Funktionierte aber gut. Funktionierte sehr gut. Herzenhalter im Getriebe. Alles klar. Und Kletterei im Zahnradgetriebe. Okay. Das hier war ein Zahnradgetriebe. Ich weiß ja nicht. Hat der in der Mitte ein paar Munde für mich. Und hier soll es gleich noch einen geben. Ist das denn die Möglichkeit? Oh, hier. Ich muss unter mir sein. Irgendwo unter mir sein. Ah. Ja. Thank you. Da brauche ich erstmal einen feurigen Freund. Autsch. Mann. Ruhe. Willkommen. Ja. Meine Mission zu erfüllen. Unter dem Fleischplateau. So. Und damit fehlen uns jetzt noch drei Munde. Mond Nummer 11. Und Nummer 20. Und 49. 49 wird, denke ich mal, die Hinweiskunst sein. Die anderen beiden. Äh. Ja. Ich schneide es euch rein. Wenn ich dort bin. Oder sie gefunden habe. Sagen wir es so. So. Zuerst einmal der Vollständigkeit halber nochmal hier. Die Wandmalerei. Hinweiskunst. Ja. Wir haben ein Foto davon geschossen. Wir wissen auch, wo es ist. Ich bin von da oben. Von dem Schnellreisepunkt. Äh. Nummer 2 war nicht schwer versteckt. Ich frage mich, warum wir das noch nicht mitgenommen haben. Gleich hier an der Flagge am Fuße des Spitzenpfads. Einfach mal umdrehen. Und hier eine Vogelscheuche. Haben wir das echt noch nicht gemacht? Ähm. Ähm. Okay, das haben wir vielleicht noch nicht gemacht. Jetzt habe ich mich aber auch wieder angestellt. Warte, hä? Geht so einfach. Ja, aber so einfach war es dann am Ende des Tages doch nicht. Slammerland Tic Tac Turnier 3. So. Und der dritte Mond. Den musste ich jetzt leider tatsächlich nachschauen. Da ich absolut nicht mehr wusste, wo. Äh. Ja. Der ist hier. Man sieht es auch nicht von Weitem. Man sieht es erst, wenn man näher rankommt. Er ist einfach hier auf so einer abgeschiedenen Bergspitze versteckt. Das ist ja krass. Uns genau zu nehmen. Hier auf der Karte. Das ist ja... Wow. Naja. Zurück zur Odyssee. Wir haben noch einen Mond zu bergen. Da geben wir aber erst mal unsere Monde ab. 702. Toll. Und dann sehen wir uns gleich im Küstenland. Wusste ich doch. Ich habe es hier schon mal gesehen. Ich bin Meeresgraben West geflogen. Und das dort müsste direkt die Stelle sein, die wir auf dem Bild gerade gesehen haben. Das können wir nochmal nachschauen. Aber das hier war es doch. Ja. Sag ich ja. Mit Schlemmerland Kunst gefunden. Und wenn wir einmal hier sind. Können wir noch ein paar Minuten auf der Uhr haben. Können wir ja nochmal das Volleyball probieren. Und. Und ja. Ich weiß. Wir werden nochmal hierher gehen. Also wir werden noch einen Versuch fürs Volleyball dann bekommen. Und hier diesen Mond. Sammeln. Damit hätten wir nämlich auch alle Samenmonde. Jetzt fehlen hier nur noch zwei. Einer davon ist fürs Volleyball spielen. Leute, die wollen einen besseren Tag haben. Schauen wir doch mal. Spielen wir es mal eine Runde. Aber wirklich nur eine. Das werden wir noch schaffen. Also ich will es auf jeden Fall schaffen. Weil ich will nicht, dass es dann an diesem Mond hier scheitert. Dass wir alle Monde haben. Ich meine ja. Ich könnte mir im Shop einfach dann einen kaufen. Und das so aussehen lassen. Als wären trotzdem alle vorhanden. Aber das ist nicht das, was ich will. Steht ihr das? Ja, ich denke doch. Ich denke doch, dass es versteht ihr. So. Mach mal schneller hier, Freund. Ja, das ist halt... Das Nervige an der ganzen Sache ist eigentlich nur, dass die ersten 20, 30 halt so lange dauern. Danach, danach geht es ja flott. Weil dann... Dann ist der ja schon ein bisschen schneller. Aber so die ersten 30... Ja, die ersten 30. Das dauert und dauert. Das macht das Ganze so nervig. Das ist auch beim Seilspringen so gewesen. Obwohl ich das halt echt angenehmer fand. Weil wenn man einmal den Rhythmus raus hat... Und den hatte ich dann raus... In dem einen Versuch, den ich mal so beiläufig gemacht hatte... Äh, dann läuft's. Dann darf man einfach nur nicht... Aus dem Rhythmus rauskommen. Aber hier... Aber hier... Hier gibt's ja noch ein paar andere Schwierigkeiten dazu. Dass er immer woanders hinwirft. Dass man halt... Rankommen muss. Mein Problem sind eigentlich immer nur die, die vorne links, vorne rechts landen... Wenn's dann so schnell wird, weil ich Cappy dort irgendwie nie hingeworfen bekomme. Funktioniert immer nicht so gut. Die Richtung nicht so ausgerichtet bekommen. Ja, da war's grad schon knapp. So, bitte mal wieder woanders hinschießen. Ja, das... Das mein ich halt. Dann schießt er dorthin und ich verkack's einfach mit der Mütze. Naja. Schade. Sollte heute nicht sein. Sollte heute nicht sein. Ist nicht schlimm. Dann wird's spätestens was, wenn wir hier mit der... Mit dem Bowser-Portal hier nochmal her müssen, um den anderen Mond zu holen, der noch fehlt. Ich hoffe, dass es dann was wird. Ich möchte es wirklich schaffen. So ist es nicht. War ja auch gut, dass wir noch einen kurzen Moment Zeit hatten. Da könnte man's nochmal kurz probieren. Ich geb das noch nicht auf. Keine Sorge. So. Aber. Dann heißt es, beim nächsten Mal gehen wir ins Ruinenland. Das wird ja fein. Da freu ich mich doch schon drauf. Wird, denke ich mal, auch mit einem Part gegessen sein. Denn, äh, vier Monde gibt's noch so zu holen. Und dann noch die Mond-Quader-Monde. Äh, ja. Ja. Das machen wir in einem Part. Ehe es dann... Ja. Wo soll er... Wo ist das Pilzkönigreich hin? Achso, das Pilzkönigreich ist... Ja, ganz vorne. Ja, wir werden dann, denke ich mal, noch Bosesland machen. Das Mondland. Dann das Pilzkönigreich. Und dann... Diese beiden Sachen hier. Ja. Soweit mein Plan. Ja, Ruinenland. Ja. So ist nämlich auch hier die Reihenfolge. Und ich denke, damit fahren wir dann ganz gut. Also, auf ins Ruinenland. Ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle schon mal. Und, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao. Ciao.